Hi und willkommen auf meinem Kanal. So, heute ist der erste Tag, wo ich wieder was essen konnte. Habe heute Morgen meinen ersten Shake genommen. Heute habe ich jetzt das erste Mal gegessen und es war unglaublich. Also es war wirklich ein ganz anderes Gefühl, eine ganze Woche nicht zu essen und dann auf einmal wirklich mit Genuss an den ersten Biss ranzugehen. Und ich habe es auch extrem lange gekaut, damit ich halt schneller das Sättigungsgefühl bekomme. Habe auch nur Wasser getrunken und ja, es war einfach gut und es war ausreichend. Es war nicht zu viel, dazu habe ich noch einen kleinen Salat dazu gegessen. Und ja, Fazit, ja, habe von gestern auf heute nicht abgenommen und auch nicht zugenommen. Liege bei 91,8. Ich bin auch geblieben bei 91,8. Ich schaue dann halt, wie es morgen aussieht. Jetzt habe ich natürlich das erste Mal gegessen, werde heute Abend nochmal einen Chip zu mir nehmen und mal sehen, was jetzt der Körper so, ja, wie er damit umgeht. Ja, also ich merke schon irgendwie, dass mein Magen jetzt gerade so ein bisschen arbeitet und je, da kam was rein. Also mal schauen. So, wie gesagt, Fazit, 91,8. Liege ich immer noch. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Ich hoffe, dass sich die Woche noch ein bisschen was tut. Ja, was gegessen. Auf jeden Fall top. Werde jetzt gucken, dass ich mich noch heute ein bisschen bewege. Und dann schauen wir morgen weiter. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, ciao, Daniel, bis morgen.